Zahnkonzept Dr. Altmann Insights. Das sind neben Dr. Ulf Altmann die Zahnärztinnen Annika Behrendt, Cornelia Schaffriner und Susanne Hase sowie das Team um Managerin Anja Altmann. Hier nehmen sich die Zahnärzte und Mitarbeiter Zeit für die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten. Früherkennung und Prophylaxe sind wesentliche Bestandteile der Praxisphilosophie. Prophylaxeschwester Jenny betreut und berät sie gern. Dr. Altmann ist Master of Science für zahnärztliche Implantologie, ästhetische Zahnheilkunde und eine sanfte, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Behandlung unter anderem mit Lachgas, digitaler Volumentomographie oder ZEREC ergänzen das Praxisprofil. Qualifizierte Zahntechniker bieten modernste Keramik und Frästechnik nach dem Motto »Alles unter einem Dach« an. Seit 2011 ist die Praxis nach DIN EN ISO 901 für ihr erfolgreiches Qualitätsmanagement zertifiziert. Die Sprechzeiten von montags bis samstags finden Sie auf Facebook unter Zahnkonzept Altmann oder besuchen Sie unsere Homepage www.zahnarzt-altmann.de